Ich bin hier gerade im B-Path. Wir haben heute unseren Topic-Tag im Antitec. Es ist total spannend zu sehen, wie alles zusammenkommt und die Sessions, die wir so lange irgendwie betreut haben und geplant haben, jetzt tatsächlich realisiert zu sehen, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich freue mich sehr dabei zu sein. Wir haben uns eben gedacht, wir fänden es ganz interessant, ein Gesellschaftsspiel, in dem Fall ein Kartenspiel zu entwickeln, das sich mit sexuellen Normen beschäftigt. Die Karten sind sehr provokant, sag ich mal, weil das ja irgendwie doch noch immer nicht so ganz offen diskutiert wird und eben, was ist eigentlich normal und auch da ist immer noch Gesprächsbedarf und ja, wir fanden das Thema interessant und wollten uns deswegen damit auseinandersetzen und ja. Vielen Dank. Vielen Dank.